so dass er wieder elf als sie den kurzen Kapp bemerkt hat Prozent wir mussten leider das ist aussteigen dabei eine sehr wichtige Person in Tordens Zimmer ja das muss mir raus schneiden Prozent ja aber es ist keine Zeit vergangen also ganz gut gemacht und Prozent es ist noch immer nacht wie ihr seht und wir gehen jetzt Pender und dann auch wird er nach schlaft jetzt endlich du wolle mein Kraftfigur am Arsch Tobi ich bin extra aufgestanden Schwasti ja okay ich schlaf jetzt ich höre jetzt damit auf ich revanchiere mich nicht ja ich höre ja auch Alter man wird's endlich Tag Tobi du Schwasti ich von woher ich hab dich gar nicht gesehen ich liege in meinem Bett Tobi laber nicht ich weiß das Spaß das mein Bett ja dann geht Alter am Arsch haha oh Alter hör auf Junge ich kann nur noch meine Tobi aufgucken Alter okay sorry gibst du mir mein Bett mal her ja das war jetzt arschlöchig naja egal Tobi baust du an den Zimmern weiter äh nee wir legen uns jetzt erst hin ja ja dann lege ich mich an eine andere Stelle so damit gib mal bitte mein Bett ja dann geh ich auch wieder Holz hacken holz ach gut so ich will hier schlafen nein du liest dich gefällt es dahin wo dein Bett steht na okay nacht 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 n n okay es reicht dabei wirklich ja ich weiß ja endlich alter Tobi aus da brenn ich denn die ganze Zeit das wäre verletzend sonst müsste ich mir bald schon mal wieder eine neue Rüstung machen Alter lol da ist ein Skelett in Goldrüstungen verzauberter ich versuch mal mein Glück es hat ja Plünder Scheiße das au Scheiße ähm Scheiße alles ist ein Zombie wird verzaubert und jetzt geht ab alter und hat er was hat er was ne leider nicht mal hier schwimmt noch ein Skelett ja da ist ein da ist ein Skelett mit verzauberten Bogen unten im See ich guck nach äh ich kill nach ich glaub das ist ja das hat einen verzauberten See ja es hat wirklich einen verzauberten oh ich seh das von hier oben ohne aufzufallen lo alter davon heißt das hat der Zombie eben der hat drei gebraucht hättest du ein bisschen auch noch mehr Leben guck mal da ist noch eine Kuh kill die war eben und das Schweinchen was da ausgebüxt ist hä ich seh die nicht Bohnen da oben eben da warte hinter dir bei dem Kakaobohnen ah ja und das Schweinsteen zwischen den anderen Feldern au alter überall muss man runterfallen man kann ja nicht mal hochschweben oder so ne nein das geht natürlich nicht äh Tobi wenn wir so verzauberte Sachen haben brauchen wir auch mal einen Amboss damit wir die mit einem Diamanten reparieren können weil na weißt schon weil ne hä nein nein wenn die ja ist schon klar Tom ja ja gut alles klar okay ich wollte Holzhacken gehen und was wollte ich machen nein das weißt du äh wegen der Gamescom hattest du in der letzten Folge gesagt ne genau daran habe ich gerade auch gedacht die Habe ich also nicht in der letzten Folge sondern einfach voll ja genau vielleicht sogar in der letzten Folge was ich glaube ich aber nicht denke was ich nicht denke glaube ich ach scheiß drauf was ich glaube ich nicht tun denken ja genau sowas in der Art ja genau sowas in der Art in der Welt auf zu neuen Welten ja auf zu neuen Welten kann man das auch nennen ach hier ist Lava was macht ihr eigentlich hier an der Oberfläche äh lavern ah fließen ach genau hier habe ich auch noch was im Wasser markiert am Sumpf ich weiß gar nicht was ich glaube eine Höhle gehe ich auch mal ganz kurz looken ja ist eine Höhle mhm nice argh lass mich wieder hochschwimmen aus der Höhle raus Dankeschön das war das war nichts schief es lebt nur gerade ein bisschen es ist es lockert mal zweimal oder es ist mir früher wegen meiner Maus passiert weil die immer zu schnell also weil ich noch von der alten gewohnt worden immer so aber daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt und kann die normalen schief wieder sitzen so hier ist Höhle hier ist das eine Dorf hier ist Höhle Höhle ja ich wollte sagen hier ist das eine Dorf auch da wirst du ja ich äh bin in neuen Welten mein Gott MEIN hier ist noch ein Grasland dahinter gleich gebe ich es auf hier lol das sieht nice aus das Haus nein nein das Haus nein das sieht total ästlich aus nein aber hier ist so ein komischer Bogen hier im Grasland so aus so zwei Hügeln das sieht lustig aus ähh naja hier kann man ja hinterher nochmal alles genauer erforschen ich will jetzt nur mal ganz kurz so ein bisschen hier die weitere Umgebung erforschen ob wir denn hier noch was Schönes finden um gehen wir mal ein bisschen so um gehen wir mal ein bisschen so ja gehen wir mal ein bisschen so ja machen wir das mhm Schafis 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 Warum hab ich eigentlich... LOL, Tobi. Ja. Schlucht. Ohohoho. Ist weit weg, aber... Alter, die ist voll riesig. Die zieht sich voll in die Länge. Nein. Hier sollte ich jetzt nicht runterfallen und da sterben. Das wär ziemlich armselig. Du bist armselig. Nein, weil wenn ich... Wenn ich jetzt hier runterfallen würde... und dann die Sachen wiederholen müsste, dann wird das länger als 5 Minuten dauern. Warum? Weil die total weit weg ist. So. Sieht im Moment... Nur ein bisschen Eisen ist da unten drin. Ne, ne, ich... Ich merk mir mal die Koordinaten. Scheiße. Ich mach mal ein Screenshot von den Koordinaten. So, genau. Very good, very good, very good, very good. Und dann verzieht sich der Torbener wieder zurück zum Haus, wenn ich... Also, falls ihr die Zimmer nicht gut findet, da macht man bitte Vorschläge. Ich hab nämlich keinen Plan, wie ich das hier machen soll. Ich hab nämlich keinen Plan, wie ich das hier machen soll. Und dann ist das hier mal abgehauen. Wow, das muss man hält. Ah, ne. Ja, ne. Böhm, 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 böhm. Der Ton ist doch aus. Was? Das ist Spaß. Ah, so. Habe ich gerade so eine Nachricht bekommen? SimCity freischalten. Funktioniert gerade leider nicht. Bis heute mal eine Ausnahme, kommt später. Hm, hier haben wir noch mehr Höhlen. Alter, hier ist voll höhlich. Ah, und da sehe ich auch schon wieder den Hügel, auf dem das Haus steht. Mein Wachstum zu lecken, mein. Oh, das war der ja gar nicht. Der ist ja viel größer, wo er drauf, das Haus steht. Stimmt. Alter, von der Ferne sieht das so geil aus, Tobi. Ich bin jetzt gerade am Balkonbaum. Oh, oh. Und ich komme auch noch von der Seite. Nicht gucken, lauf einfach um den einen Berg. Ja, mach ich. Soweit es schon, wo ein Zimmer steht, verdammt. Und da steht bestimmt auch das zweite. Aber da hat man auch die beste Aussicht, finde ich. Dahinter kann man... Ah, finde ich. So, dann haben wir da schon mal eine Schlucht. Das ist ja ganz Nietzsche. Hier flanzen wir ein Bäumchen. Soll ich mal unsere Umwelt ein bisschen verschönern? So, auf... Keine Ahnung. Damit hier nicht so lahm ist, so in den Extreme-Leals. Oh, hier kommt ein Neta-Dinges. Das mache ich mal weg. So. Nein, da kam von diesem Neta-Teil so ein Block zum Vorschein. Den habe ich... Da habe ich Erde drauf gesetzt. Mehr nicht. Das war's. Wieso verliehe ich keinen Hunger? Ist der Difficulty... Ich habe auch normal gesettet. Weil ich habe keinen Hunger verloren auf dem Hin- und Rückweg. Das ist relativ komisch. Ich habe die ganze Zeit rum, ich verliehe auch nichts. Ach ja, ich habe mich schon gewundert, wieso sind die Glasscheiben in der Kiste? Die hast du ja mit Behutsamkeit abgebaut. Die habe ich aber im Inventar. Oh, dann sind das noch übrige. Ja, stimmt. Hier sind auch noch welche. Wie geht nochmal so ein Schallplattenautomaten-Spieler? Mit Diamanten. Oh, teuer. Also Holz und dann darum Diamanten. Äh, Lava? Äh, nein. Holz außen und dann so Diamanten. Ach so, ich probiere einmal ganz so aus, ob das geht. Geht, 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 geht. Ich wollte schon sagen, dann wäre es ja mal übel. Kommt sich besser Diamantblöcke machen, obwohl die hässlich aussehen. Ah, ja, geht wirklich. Machen oder nicht machen? Ey, guck mal hier unten aus dem Fenster. So wie Platten-Spieler machen oder nicht machen? Warte, warte, warte. Na gut. Hier, guck mal hier. Wui! Ja, ich habe eben das Holz wieder ein. Ah ja, man verliert Hunger. Hä, wo bist du? Hier, guck mal. Aus welchem Fenster sind du? Ach, da. Hier. Ja, was machst du da genauer? Also, äh, lol. Einbrecher. Oh nein, wir müssen die Verteidigungssysteme einhalten. Okay, wo ist der Platten-Spieler? Oh, das war meine Angst. Äh, nein. Platten-Spieler oder nicht Platten-Spieler? Das ist hier die Frage. Mach mal zwei. Na gut. Für die Zimmer beide, ne? Nee. Für, äh, für ein Brauch. So, Tobi, die, äh, die Rüstung. Kannst mir mal zuwerfen. Nee, nee, stopp. Äh, äh, Dings machen. Ähm, wie nennt sich denn das jetzt? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Äh, ausstatten. Kein Noteblock, ne? Nein, nein, habe ich nicht. Sein Zimmer ausstatten macht jeder selbst hinterher, würde ich sagen. Nee. Doch. Nee, warte mal. Ja, okay. Dann nimmst du das Ding. Gib mir mal bitte. Ja, warte, ich muss den holen. Hm, wie baut man die eigentlich ab mit der Spitze, ne? Oder warte, lass mich die am besten mal verbauen. Hier, du bist du. Ach, da sind sie. Oh, oh, Treppen, nicht Bracken. Sehr gut. Die waren nämlich steuer. Ach, was ich mir mal machen könnte, ist... Mein Haus. Nee, so ein Bogiteil verzaubern. Aber nee, dann müsste ich die Bücher wieder alle aufbauen. Da sollten wir erst einen festen Ort für den Zaubertisch. Da darf ich nur nicht meine Level verlieren. Ach ja, wir haben mir so viel Reds und Lapis hier abgebaut. Oh, nein. Und so eine gärte Spitzhacke, Junge. Ja, und so kann es auch nicht. Ähm, lass mal kurz pennen. Boah, ich würde so gerne mal einfach nach da oben gehen, Junge. Mach's doch auch nicht. Weil dann brauch ich jetzt nämlich die Betten. Ich bau da schon ab. Äh, warte mal ganz kurz, Tobi, Aufnahmepause. So, aber du kannst ruhig jetzt eben die Zimmer weiterbauen. Ich bin sofort wieder da. Ja, wir sind ja da. Ja, wir sind wieder da. Und Tobi hat schon wieder oben Zug gebaut. Ich renne jetzt immer vor. Ähm, ja. Ich schätze mal, wie lange du noch... 保fei. Ähm. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020